Anna Miao singt für Trinkwasserprojekte der Hilfsorganisation Archimoba Bring ein Lächeln mit, das ist der neue Charity Song von Anna Miao. Die Dresdner Chansonette rief das Benefizprojekt Weihnachtsalbum ins Leben. Die Dresdner Chansonette rief vor vier Jahren das Benefizprojekt Weihnachtsalbum ins Leben. Bis zu zehn Musiker texten und komponieren deutschsprachige Winter- und Weihnachtslieder und veröffentlichen alljährlich ein Weihnachtsalbum. Der Erlös fließt in ein soziales Projekt. 2019 freute sich der Verein Sonnenstrahl über 2000 Euro. So war es bisher. Doch im Corona-Jahr war die Produktion eines ganzen Albums nicht drin. Wir wollten trotzdem was Gutes tun. Denn bei allen Schwierigkeiten, wir leben auf der Sonnenseite, sagt Anna Miao. Deshalb sollen die Trinkwasserprojekte der Hilfsorganisation Archimoba unterstützt werden. Wo kommt der Erlös 2020 her? Hier verkaufen die drei Alben der Vorjahre, so Anna Miao. Ihr Charity Song erscheint am 19. November in den sozialen Netzwerken und verlinkt zu Archimoba. Ich hoffe, dass viele Leute spenden. Außerdem geben Anna Miao und ihr Mann, Gitarrist und Pianist Ludwig Schmutzler, Hofkonzerte. Dank Sachsen fördert Top-Kunst gegen Corona kosten die Konzerte nur 150 Euro. E-Mail an kontakt.weihnachtsalbum.com 10% des Erlöses spenden hier, versichert das Paar. 1. 2. 3. 8. 9. 10. 11. 10. 11. 12. 12. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020